Yo, was geht ab? Timo hier. Wir sind auf Athenas und ich zeige euch die Fundorte aller Kisten, die ihr braucht, um die 100% auf dieser Map zu erreichen. Die erste Kiste gibt es hier bei den Mönchen zu holen, nach der Nebenmission Heilige Geister, die ihr hier auch annehmen könnt. Dafür müsst ihr das optionale Ziel erfüllen und die 5 Ratschlebern sammeln. Habt ihr das getan, wird der Mönch euch die Tür zu Kiste Nummer 1 öffnen. Kiste Nummer 2 findet ihr an einem Felsvorsprung auf der Nordseite der Map. Diese Kiste hier wird erst aktiviert, wenn ihr mit der Story auf Athenas fertig seid und dann die Mission Verletzung der Privatsphäre bei Ava auf der Sanctuary angenommen habt. Leider kann man die hier nur einmal aktivieren. Die dritte und letzte Kiste finden wir nach dem Bossfight oben im Heiligtum der Mönche. Auch wenn sie nicht wie die Standardrote Kiste aussieht, zählst du trotzdem. Ja Freunde, das waren alle Kisten hier auf Athenas. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ich bin draußen. Peace. » Untertitelung des ZDF, 2020